Eine Delegation, bestehend aus 177 Mitgliedern der ehemaligen Guerillagruppe der Sabbatistischen Armee der Nationalen Befreiung, verlässt letzten Freitag ihr Hauptquartier in Mexico City, um ihre Europatour in Wien anzutreten. Die Gruppe La Extemporanea wird die Squad 421 ablösen, die Ende April über den Wasserweg nach Europa gereist und letzten Samstag nach Mexiko zurückgekehrt ist. Ein Teil der Delegation kam heute um 11.30 Uhr mit dem Flugzeug in Wien Schwächert an. Die sozialrevolutionäre indigene politische Gruppierung möchte sich weltweit besser vernetzen, damit mehr Menschen gegen Rassismus, Femizide und die Enteignung von indigenem Land eintreten. Die angereisten, vor allem weiblichen Mitglieder haben alle Maya-Wurzeln und sprechen indigene Sprachen wie Zeltal, Zotzil, Cho'ol oder Tocho Labal. Die 1983 aus der EZLN hervorgegangenen Zapatistas haben sich nach Emiliano Zapata, einem General der mexikanischen Revolution, benannt. Ein halbes Jahr nach ihrem bewaffneten Aufstand 1994 riefen sie einen bis heute andauernden Waffenstillstand aus und widmen sich seither dem Aufbau einer autonomen und zivilen Selbstverwaltung. Seit dem Aufstand gegen die mexikanische Regierung wird zwischen Zapatistas und Neo-Zapatistas unterschieden. Die Neo-Zapatistas gelten als Inspiration für die globalisierungskritische Bewegung und möchten auf ihrer Reise für das Leben durch über 30 europäische Länder Erfahrungen mit anderen antikapitalistischen Gruppen austauschen.